So, da sind wir, der Tarek. Tarek, du kannst aufhören zu singen, du bist live. Okay, er hört nicht auf zu singen. Nein, ich singe ja nicht, ich summe ja nur die nach, so ungefähr. Oh, cool, Mario hat's hinbekommen mit dem Chat, ist ja super. Mario hat's mit dem Chat hinbekommen, genau. Aber irgendwie ist der nicht besonders groß. T-S-C-H-R-D. Der ist da tatsächlich nicht besonders groß, soll ich euch den Chat ein bisschen größer machen? Schreibt doch mal, ob ihr den Chat im Stream größer haben wollt. Ich meine so von der Schrift her. Ja, meine ich ja, ob die den größer haben wollen von der Schrift her. Guten Abend. Ach, kann man die Schrift größer stellen selber? Ja, den kann man größer stellen. Wollt ihr, wollt ihr einen größeren Chat haben im Stream-Build? Darf ich mir auch was wünschen? Äh, sicherlich. Es wünschen darfst... Ja, das steht dritte Zeile Videobeschreibung. Genau. Genau, der LP-Let's-Player hat's erfasst. So, wenn ihr den größer haben wollt, dann kriegt ihr gleich eine größere Version. Unos Momentos. Who says no to Mentos? Ich muss mal... Ich hab mal das Mikro was wegschieben, sonst kann ich hier nichts lesen. Äh, machen wir mal. Hast du's jetzt eigentlich nochmal ausprobiert, was ich dir da gesendet hab? Nein, das hab ich jetzt... Nein, das hab ich jetzt nicht ausprobiert. Okay. Ihr bekommt das jetzt größer, Moment. So. Der Stockholm-Verdächtige kommt aus Usbekistan. Okay. Vergewaltiger von Bonn gefasst, Fragezeichen. Nein, ich glaube, dass er noch nicht gefasst ist. Ich weiß es aber nicht genau. Ähm, ich mach euch grad den Chat was größer. So. Ja, irgendeine Festnahme auf jeden Fall. Das ist eine Attacke im ICE bei Erschaffenburg. Ja, super. So, jetzt habt ihr was größer, ne? Ich kann das, ja. Haaa, nett. Das ist doch schön. Kann ich das sogar lesen, wenn ich, äh, nicht im Vollbildmodus bin. Ja, so ist wichtig. So, willkommen zum OMSI-Live-Stream-Hashtag-Wunsch. Ich blende euch mal die erste Karte ein. Tada. Prinzip heute eigentlich ganz einfach. Ähm, meine Herren Begleitpersonen, die ich vorstellen darf, den Nick und den Tarek. Hallo. Hallo. Äh, hallo. Werden den Chat im Auge behalten und ein bisschen mitnotieren, was Wünsche betrifft. Wir werden heute ein paar umsetzen. Ich hab mir, äh, auch noch ein paar aufgeschrieben. Ob ich die dann bringe oder ob ich die in der Aufnahme bringe, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Besser gesagt, ich werd notieren und du wirst umsetzen. Genau. Und Tarek macht gar nichts. Und, äh, nee, der fährt im Hintergrund. Der Tarek hat keine Aufgaben. Allerdings hat der Tarek, äh, für einen Wunsch sogar eine kleine Überraschung gemacht. Also der Mario weiß schon, was es ist. Ich weiß auch, was es ist. Macht irgendwie Sinn. Nur ihr wisst nicht, was es ist. Genau. Gibt für einen Wunsch, gibt's eine Überraschung. Aber, äh, da sagen wir noch nichts zu. Für eins Wunsch gibt es eins Überraschung. Für eins Wunsch eins Überraschung. Ich hoffe, die, äh, Tonqualität ist okay. Ihr hört, äh, alles und hört auch alles gut. Nicht wie er aus seiner Blechbüchse. Wie, 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 Blechbüchse? Hat er nicht gesagt. Wir steigen mal ein. Äh, ich muss mal gerade was gucken. Ich muss doch hier gleich andersrum fahren, ne? Ich muss doch, ja genau, ich muss da, da oben muss ich rein. Also fahre ich jetzt einmal außenrum. Geht das? Ja, das geht. Alles klar. Äh, lass mich raten. Hallo, Gerd. Hallo, Gerd. Ja, das Lenkrad war natürlich nicht aktiviert. Ihr kennt das. Ich mach das öfter. Ja, Gerd, wollt mal grüßen. Ja, grüße zurück. Der ist ja direkt wieder weg, ne? Ja, ich weiß. Der muss ja, glaube ich. Der hat ja, äh, heute seine Tochter, weil er sich nicht so richtig weiß. Genau, so, wir fahren den ersten Wunsch vom, äh, Lion Gamer Agnestime von Pierre. Und zwar den Neoplan N4021 in der aktuellen Version. Wankendorf, Linie 7, morgens um 5, Tetao vor dem Gewitter. Und mal so mal, hast du eigentlich SweetFX? Ja, wenn du guckst hier, da ist SweetFX raus. Da ist SweetFX drin. Ah, du hast SweetFX. Kannst du bitte deine SweetFX Einstellung veröffentlichen? Nein. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. So. Hä? So. Aha, so, ich mach erstmal, mach ich mir mal ein bisschen Licht in der Dunstbude hier. Pedale richtig, so. Bremse hab ich gelöst. Das Licht ist übrigens immer noch verkehrt da rum. Ja, das Licht ist, ja, richtig. Von wem ich das wohl gelernt habe? Von mir. Nee. Ach, Mario, die Stelle kennen wir doch. Ja, die Stelle kennen wir, genau. Echt? Ja, ja. Warum denn? Ja, die kennen wir. Warum denn? Weil der liebe Nick und ich die Linie 5 gefahren sind. Ich weiß, ihr freut euch alle, dass ich mal ein Omsi-Livestream mache. Ich freu mich auch, weil eigentlich hab ich ja immer gesagt, ne, Omsi-Livestream mach ich nicht. Ja, Spaß. Wird auch bestimmt viel zu lachen geben, bin ich mir sicher. Da bin ich mir auch fast sicher. Ich kann natürlich jetzt nicht gucken, was ihr schreibt. Deswegen sind wir ja da. Deswegen sind die da, genau. Genau, wurde sich schon was gewünscht. Ich hab notiert. Echt? Echt? Mario, kannst du den Sound lauter machen? Welchen Sound denn? Den von sich selbst? Den von uns? Den vom Bus? Den... Keine Ahnung, von Tante Erika? Ach, da ist Mario, ja. Mario? Mario ist mir am liebsten. So, welchen Sound soll ich denn lauter machen? Ach, jetzt geht mir David bei Steam wieder auf den Sack. Oh, Gott, oh, Gott. Den von Omsi. Ja. Wenn dir David bei Steam auf die Nerven geht, dann machst du das einfach so. Dann machst du Rechtsklick auf deinen Namen und dann auf Offline. Dann geht dir keiner mehr auf die Nerven. Ich mache euch den Sound von Omsi natürlich lauter. Äh, 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 äh. Das ist ein Trick, den ich auch schon öfter angewendet habe. Bringt wirklich was. Wow, weißt du? Er beschwert sich darüber, dass ich sein Bild nicht geliked habe, ne? Habe ich eigentlich gerade schon gemacht. So, ich hab dann... Wow, Horst. Ich muss aber, glaube ich, euch ein bisschen leiser machen. So, mal hören auf Hupe. Das ist wesentlich lauter. So, äh, ja, das finde ich hier auch sehr, sehr gut. Machen wir mal die Tür auf, damit ich einen Fahrplan lesen kann. Toll. Oh, 5.55 Uhr geht das los. Stell mal doch mal vor, auf 5.00 Uhr... Der Sound sollte jetzt passen. Loading AI! Wie viel Zuschauer haben wir denn im Moment? 12. Heideltraut schreibt Stuttgart. Aachen mit Zitaro GL. Wobei ich ja... Ich schreibe das einfach mal auf. Ja. Wobei ich ja zugeben muss, äh... Finde ich voll cool. Der zeigt mir... Also bedenkt bitte, wenn ihr euch was wünscht, wir können nicht unbedingt alles umsetzen, weil wir haben auch nur eine Grenzzeit. Also wir wollen hier nicht, äh, morgen früh noch sitzen. Wieso? Ähm, deshalb können wir nicht alles umsetzen. Hallo? Ich hab doch... Jetzt muss ich jetzt... Ach so. Ja, stimmt. Was wir vergessen haben zu erwähnen... Was wir vergessen haben zu erwähnen, ähm... Oh, Leute! Leute! Hallo! Jetzt muss ich beim Bäcker ja wieder die Brüchen abbestellen für morgen fürs Frühstücken. Ja. Ja, was wir vergessen haben zu erwähnen, was wir jetzt nicht umsetzen können, das macht Tarek selbstverständlich in meinem eigenen Stream danach. Halt die Klappe! Genau. Der Tarek macht das. Danke, wir sitzen nebenan. Ihr werdet... Nebenan sitzt der Hamster. Ihr werdet von dem Bus hier aber auch eh nicht so viel hören, weil, äh... Na? Der ist ein bisschen leise, ist ein Gelenkbus. So. Was sagt denn die Abfahrtsglocke? 54. Das muss man immer bedenken. Gelenkbusse sind vorne logischerweise nicht so laut wie Solobusse. Übrigens, Dick, ich weiß nicht, ob du das bei dir mal nachgeguckt hast, aber wir haben jetzt, äh... Wir hatten jetzt auf dem Kurs 36,5... Also 36,5 Kilometer gefahren. Hm, okay. Wo soll ich denn das nachgeguckt haben? Äh, im... Dings. Tacho, da kannst du ja nachgucken, eine aktuelle Kilometeranzahl und die Kilometeranzahl, die du gefahren bist. Zudem ist unten auch nochmal so eine Art DCCO-Abklatsch. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Die werden jetzt alle nur darauf warten, dass ich faile, ne? Eiltraut, du musst dich ein bisschen genauer ausdrücken. Wen meinst du und... Hä? Da war einer, den hab ich gesehen auf der linken Seite. Jetzt ist der weg, oder was? Ja, der ist weg. Hahaha, aber da kommt noch einer, haha. Ne, da ist der linke, guck mal, die linke Sau. So, wie heißt er auf YouTube? Ich möchte dich abonnieren, gute Frage. Bei der Bearbeitung von meinem Wunsch, Wunsch, Nürtingen, Hamburg, Täter mit dem C2-Ü. Ethnic Teams magst du, äh, magst du etwa auch keine Gruppenbusse? Ja, ich hab ihm schon geantwortet im Chat. Ich hätte mir das eigentlich sperren können, im Chat zu antworten. Warum mach ich das? In welchem TS seid ihr, könnt ihr verlinken, äh, ist... TS steht in der Videobeschreibung. Äh, in der Stream-Beschreibung. Ja, TeamSpeak in der Stream-Beschreibung, aber... So, Mario, wo ist eigentlich... Was ist eigentlich mit der Facecam, äh, die Softbox macht es nicht, ne? Ja, meine Softbox ist im Eimer, ähm... Ich bin dabei, sie zu reparaturieren. Genau, also, TeamSpeak ist... Wollte aber heute nicht funktionieren, deswegen heute einmal streamen ohne Facecam. Aber wenn ihr die Facecam auch in den Omsi-Folgen wieder wollt, dann müsst ihr das nur sagen, dann machen wir das, ne? Also, genau, der AP-Letts-Player schreibt schon, TeamSpeak ist in der Beschreibung, die Kanäle von mir und Tarek sind in der Beschreibung, von daher... Äh, ne, der TransimTV schreibt TeamSpeak ist in der Beschreibung, okay. Stimmt. Ihr seid zu dritt, ja. Aber der AP-Letts-Player schreibt das mit den Kanälen. Der, der streamt und, äh, gerade fährt, das ist, äh, Mario. Und abonnieren könnt ihr natürlich auch, ne? Der Abo-Button und so... Ähm, ja, ja, Heideltraut, wir sind zu drei. Der, der, äh, kein MAN-Fan ist, das ist der Nick. Und ich fahr heute kein MAN. Und, äh, ist der Haltestelle? Ja, der Mario-Fan hat kein MAN und der, der hier, äh... Sehr gut, Mario. Gerade die Fragebeantwortung, das bin, äh, ich. Und ich. Genau. Ich und ich? Ne, die, äh... Du erinnerst mich an Liebe. Oh, bitte hör auf. Weißt du? Meine, meine Mutter hört... Meine Mutter hört gefühlt dauerhaft Adel Tawil und so ein Scheiß. Ja. Oh, nein. Und auch ihr, ich und ich, Alter, krieg ich schon zu viel. Wobei, Adel Tawil, du bist auf deinem Arschenflug. Hinter dir brennt alles nieder. Ja, du bist auf deinem Arschenflug. Hinter dir brennt alles ab. Ich weiß, du kriegst nie genug. Geht gleich. Ey, aber... So lange, bis niemand mehr da ist. Du bist auf deinem Arschenflug. Kennt jemand von euch die Ideen-Expo in Hannover? Nein. Äh, die findet alle zwei Jahre statt und, äh, vor vier Jahren war das. Ähm, dieses Jahr ist es auch und vor vier Jahren etwa. Äh, ist es halt immer am letzten Tag, glaube ich, ist halt noch ein Konzert danach. Äh, mit einigen Stars. Ist kostenlos, natürlich. Äh, wie die ganze Messe an sich auch. Und, ähm, ja, da wollte meine Mutter auch hin, weil... Da war Tayo Cruz. Ich denke mir so... Ach, nein. Muss das sein? Aber ja, das musste scheinbar sein, so. Oh, Rumpelkiste, ey. Meinen Sie Rumpelhans? Oh. Komm rein so früh am Morgen. So, und bevor jemand fragt, wie lange wir streamen, ich hab keine Ahnung. Bis wir fertig sind. Bis die Wünsche abgearbeitet sind. Ne, so lange, da bin ich, da bin ich, besitze ich meinen ganzen Urlaub hier und bin am Stream. Ich meine, du hast ja Zeit. Nächste Haltestelle. Aber ich möchte auch noch ein Bayo, das geht nicht. Außerdem habe ich noch Familie, ach, die lasse ich einfach verhungern, ne? Wobei, meine Frau kann ja kochen. Ich esse dann so zwischendrin in den Pausen. In den 5 Minuten Pausen. Das geht. Kann David bitte mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Ich hab einen Ohrwurm wegen dir. Wo geht er dir denn auf den Sack? Das ist Team. Ja, hab ich dir schon mal gesagt. Team offline. Sind die Jungs laut genug? Sind die Jungs zu laut? Bin ich zu leise? Bin ich zu laut? Ist soundtechnisch alles gut? Ihr dürft gerne auch dazu was schreiben. Tarek, du bist ein Arsch, ne? Warum? Ja, wegen dir hab ich einen Ohrwurm. Von denn? Du bist auf deinem Arschenfluch. Hi. Hinter dir brennt alles nieder. Du hast das gesungen, nicht ich? Du bist auf deinem Arschenfluch. Hinter dir brennt alles nieder. Ich weiß, du kriegst nie genug. Mario, das nervt. Wenn ich das nicht zu Ende bringe, bleibt dieser Ohrwurm. Das nervt trotzdem. Heidel traut. Erstens, kein Support-Stream. Zweitens, äh, zu hoch heißt zu hoch. Heißt, stell sie runter. Übrigens, drittens, der TS ist auch kein Support-TS. Stimmt, ja. Also ich, wir, ich biete einen öffentlichen Teamspeak an zum Quatschen und Spaß haben, aber wir machen keinen Omsi-Support. Eine Kurze-Srecke, bitte. Äh, außer wenn es leichtere Problemchen sind, äh, sind es aber Probleme mit Bussen, Karten oder sonst was. Wendet euch da doch bitte an die Entwickler. Weil die wissen... Und wenn, wenn es denn unbedingt sein muss, ne, wenn's grad mal, äh, nicht anders geht, dann bitte auf mit der genauen Problembeschreibung. Und nicht, dass man zehnmal nachfragen muss, sondern direkt mit der genauen Problembeschreibung. Heidel traut. Ja, äh, mein Bus geht nicht. Mach was. Kann ich nicht anfangen. Google ist dein Freund. Bei Google gibt's das. Hö, aber ich hab nur auf IRA. Guck mal, kennst du Google? Ja. Das führt auf sofort der Running-Gag. Lass mich das für dich googeln. Let me google that for you. Ja. Mein Laptop hat zwei Gigabyte, ja, passiert. Ja, passiert halt. Du musst aufrufen. Wobei, bei dem Laptop lohnt sich sowas. Boah, die scheiß Karre parkt da immer so wunderprächtig, ne? Nein, ja wie nein. Doch. Kann bitte jemand Ohr in den Chat schreiben oder so? Ohr. Den Chat schreiben. Achso, ne, das kann ich nicht. Oder nicht? Ich könnte das, aber ich mach's nicht. Komm, die Ampel ist noch Taxigrün. Ihr wartet alle drauf, dass ich fahle. Wird bestimmt bei der nächsten Karte passieren. Natürlich warte ich da drauf. Was denkst du, warum ich zugucke? Ja eben, ich guck genau so zu, trotz dass ich fahre. Hallo? Ja, ja, ich weiß auf deinem iPad. Mein Laptop hat 64 Gigabyte. Was? Dies rot, dies rot, dies rot, dies rot, dies rot, dies rot. Äh, wie soll ich denn das jetzt verstehen? Hat Omsi 52 GB gefressen oder was? Ja, Omsi hatte Hunger. Ja. Ja, Omsi frisst nun mal Speicherplatz. Das ist normal. Wie jedes andere Spiel auch. Ja, und irgendwann ist er halt einfach weg. Ach, meinst du mit 64 GB eine 64 GB Festplatte oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich dachte, er meint jetzt Arbeitsspeicher oder sowas. Dachte ich auch erst. Ein Laptop mit 64 GB Arbeitsspeicher. Aber wer weiß, es gibt ja Leute, die kaufen sich Laptops, die so groß sind wie NASA-Rechnung. Ja, ja, es gibt Leute, die kaufen sich auch einfach dann so 10.000 Euro Laptop, super 64 GB Arbeitsspeicher und eine Office-Grafikkarte. Ja. Nächste Haltestelle, Siedlerstraße. Das ist sehr intelligent. Das Schöne ist übrigens, mit dieser Fahrt hier, der Linie 7, endet das Projekt Wankendorf. Ist ja schön. Nee, Heideltraut, nicht wir googeln, du googelst, Felix. Du hast ja das Problem, ich nicht. Hast du gegoogelt. Brauchst du nicht fragen, ob wir gegoogelt haben. Übrigens, das ist ein O zu viel. Der Mercedes, da kommt mir verdächtig nah, ne? Ja, der will nämlich auch links abbiegen. Hau ab! Ach, die 27 hier vor mir hat Pause gemacht. Ich wundere mich, warum der nicht weiterfährt. Plötzlich schmeißt der einfach den Motor und ich denke, hä? Die Fahrt schon. Ja, was denn jetzt? Fährst du dann mir vorbei, oder? Ah. So. Jetzt hab ich mich mal vorgedrückt. Lass das sein. Es steht hinter mir, die 34 sind auf das Tierweg. Okay, toll. Also, ich erkläre es jetzt nochmal. Und zwar ganz langsam, damit es auch jeder versteht. Ihr ist kein Support Stream. Und ich hab auch nichts von der Information, wenn du mir sagst, dass du 2 Gigabyte Arbeitsspeicher hast. Ja, Elite Gamer oder Elite Fahrer, da hast du recht. Laptop ist doof für Gaming. Sofern er nicht direkt für Gaming ausgelegt ist. Und damit ein Hallo... Laptop, der für Gaming ausgelegt ist, ist teuer. Und damit ein Hallo an den Elite Fahrer. Ja, genau. Hallöchen. Schön, dass du wieder dabei bist. Natürlich auch ein Hallo an alle anderen. Alle andere. 15 Zuschauer übrigens. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich weiß, ich weiß, ich werde irgendwann failen. Auf Wankendorf vielleicht nicht. Ja, das hoff ich doch. Doch, da hoffentlich auch. Ist doch langweilig. Übrigens, apropos Fail. Äh... Mario, hier, ich bin ja TS gefahren, ne? Ja. Szenario da, äh, als Let's Play. Aber dasselbe Szenario bin ich vorher im Stream gefahren. Aha. Ich hab's erst danach gecheckt, als ich denn das all hochgeladen hab. Ich dachte, wieso... Wieso sollte ich das jetzt löschen? Ja, richtig. Aber egal. Sieht man's als zweimal. Kannst du den Patch verlinken? Nein! Google ist dein Freund. Ist es so schwer, einfach mal OMSI 2 4 Gigabyte Patch einzugeben? Tag. Deine Tageskarte. Denke nicht. Morgen. Leute, das ist... Wir können kein Support anbieten. Es gibt ein OMSI-Forum. Guck da nach. Nee, und wenn er mir weiter auf die Nerven geht mit Support, dann kann der bald gar nicht mehr nach Support fragen. So sieht das aus. Nächste Haltestelle. Zuma Weg. Zuma Weg. Oh, Zuma. Zuma war mal ein Spiel für die Xbox und fürs Handy. Kennt ihr das noch? Gab's auch für den PC. Nee. Lob. Nee, kenn ich. Lob. Hallo. 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 Komischer Name. Aber gut, soll es gehen. Ja. Komischer Name. Genauso wie Bahn Hannover. Sau. Ja, vor allem, wenn man ihn abkürzt. BH. Oh. Ja, bin ich der BH. Ja, oder Matthias Reim, ne? Oh. Äh. Guten Tag. Wobei, wenn ich mich jetzt mutee, bin ich der Schweigwerfer, deswegen. Ja, und wenn du sprichst, bist du Matthias Reim. Ja, allerdings nur, wenn sich alles reimt bei mir. Ich hab gereimt mit dir. Ich hab, äh, ich hab gereimt und danach, äh, Bretter zusammen geleimt. Ja. Nächster Halter. Oh nein, Alter. Doch, Billy war's egal, denn Billy ist ein Regal, ne? Oh, scheiße, ey. Darf ich das jetzt endlich zu Ende singen? Ich hab Ohrwurr, Mann. Nein. Äh, der Minecraft-Freak, äh, Loki-Omsi-Forum. Entschuldigung. Du bist auf deinem Marschenflug. Einige Leute sind zu faul zum Googlen und wollen alles aufs Ne Silber-Tabletze gekommen. Äh, eindeutig. Ja. Können wir den bitte irgendwo anpinnen? Ja, bitte. Pint ruhig. Der ist... Das passt einfach genau. Ich weiß nicht, wie richtig das ist. Ich find das lustig. Je nachdem, wie ich lenke, fängt dieser Bus an zu hupen. Nächste Haltestelle. Schulzeichen. Nein, nein, nein. Umsteigermöglichkeit zu den Linien 1, 2, 3, 5, 8, L2 und L3. Ich hoffe, ich hab das nicht gemacht. Mein YouTube spinnt grad rum. Oh, hast du YouTube kaputt gemacht? Ne, ich wollt grad gucken, ob man das irgendwie anpinnen kann. Kann man nicht. Wollte dann das Fenster wegmachen. Gerade eigentlich. Großer Verlust. Ja, wer, äh, wollte dann das Fenster so wegmachen. Und, äh, hab dir dann beinahe den Nutzer gesperrt. Deswegen. Ja, das ist nicht so schön. Äh, es war überhaupt nicht meine Absicht. Ja, ist ja auch noch nichts passiert. Ja, äh, deswegen... Da hilft einfach in den Chat zu klicken. Einmal irgendwo. Neben das Fenster. Welche Map fährt es hier? Van Wankenhaus. Linie 5, ne? Linie 7. Guten Abend. König der Straßenverlust. Äh. Äh, gut. Neu. Ich verstehe manche, warum sie zäuspielten. Aber wissen sie, sich selbst nicht mal zu helfen. Ja, äh. Ist zwar schön, also, ja, das ist durchaus richtig. Allerdings wäre es möglich, das jetzt irgendwie abzuhaken. Bleibt sich den ganzen Abend noch drüber zu sprechen. Ja. Also. Wie gesagt, wir leisten... Äh, äh, Mr. Minecraft. Ist, äh, da. Hallo. Hallo, Mr. Minecraft. Wir könnten auch mal Minecraft in, in Livestream machen, ne, Nick? Könnte man auch mal tun. Ja, könnte man irgendwann mal machen. Ja. Wir haben ja nächste Woche öfter vor, zu streamen. Da kann man das ja vielleicht mal in Erwägung ziehen. Genau, also wir haben Streaming-Woche. Nick hat Ferien, Tarek hat Ferien. Ich hab Urlaub. Und da wird unter der... Ne, morgen ist nicht Tarek dran. Ne, übermorgen ist Tarek dran. Übermorgen bei Tarek und bei mir weiß ich noch gar nicht. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich das morgen irgendwo einbauen. Ich weiß nicht. Und ansonsten halt ab Dienstag gucken. An Hans Mayer bitte keinerlei fragen, was die Chaoten betrifft. Okay, danke dir. Kein Thema. Ich stell die Frage jetzt einfach mal direkt gar nicht weiter. Ne, ne. Da haben sich die Chaoten... Das ist ein Thema, was abgehackt sein sollte mittlerweile. Da haben sich die Chaoten genauso wie ich, da haben wir uns beide zu geäußert. Das Thema ist abgehackt damit. Wo kann ich dieses Navi bekommen? Entweder du googelst einfach mal nach Omni-Navigation oder guckst bei, ich glaub, pdp.com. Ne, auch bei Omni-Navigation.de. Okay, Omni-Navigation... Nach Recht haben die dafür eine eigene Website. Ja, das Produkt hat eine eigene Website. Das ist Omni-Navigation.de. Omni-Navigation.de und da könnt ihr das bekommen. Kann ich dann mitspielen? Wo möchtest du denn mitspielen? Also bei Minecraft wahrscheinlich. Dazu können die anderen vielleicht was sagen? Äh, also grundsätzlich suchen wir Leute, die mitspielen, aber, äh... Bedingung ist TS. Bedingung ist, dass wir die Leute kennen, beziehungsweise, also was heißt kennen, dass die Leute bei uns auf dem TS regelmäßig sind, dass wir die Leute so ein bisschen einschätzen können. Genau, weil es bringt nichts, einfach random irgendeinen mitzunehmen, der da nur Quatsch macht. Genau. Das haben wir schon gehabt, das brauchen die nochmal. Okay. Ach, fahr doch! Schön, du kannst die Hälfte des Streams einfach damit zuballern, dass du Kommentare beantwortest. Ja, jetzt. Ja, ist voll. Das ist der beste Zeitvertreib. Ich hoffe, dass die am Montag dann auch so zeitreich, äh, zahlreich bei mir sind. So zeitreich. Fah! Du kannst das. Du kannst, da kommst du doch rum. Ja, da komm ich jetzt rum. Hm, so. Du hättest auch so rumgekommen, Colin. Ja, nee, ich will mir keinen Fail erlauben. Das hätte aber gepasst. Ja, 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 ja. Ja, ist wirklich so. Nächste Haltestelle. Glaub mir doch auch mal was, du Penner. Gamsa Weg. Ich glaub dir alles, Nick. Das ist gelogen. Ja, stimmt. Wie heißt der nächste Halt? Gamsa Weg. Überhaupt nicht an Marcel. Er nennt mich jetzt an Marcel Gamsa. Okay. Kennt wahrscheinlich wieder keiner. Ich bin Marcel Davies. Nee, Marcel Gamsa. Hallo, ich bin Marcel Davies. Weil mich der Job bei 1&1 und das Retten von kleinen afrikanischen Kindern im SOS-Kinderdorf noch nicht völlig auslastet, bin ich jetzt auch im Livestream von Das Mayo. Weil mich dies noch nicht vollkommen auslöst, suche ich jetzt die Liebe meines Lebens. Ich parshippe jetzt. Ich parshippe jetzt. Und zwar mich selbst. Genau. Hallo. Ich bin auch Marcel Davies. Alle elf Minuten können auch wir nicht helfen. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Ich bin besser als Parship. Ja, das Problem ist, es verliebt sich immer nur ein Single. Der zweite, der ist... Nichts, da halte ich den. Das Geile ist, die Werbung ist ja voll irreführend, ne? Klar können... Upsala, was hab ich denn jetzt? Könnt ihr die Map Projekt Stettin fahren? Mario, sag doch mal. Hast du Projekt Stettin? Ja, hab ich. Auch die reale oder nur die fichtive? Ach, der Andi ist da. Mario ist halt feige, ey. Hallo Andi. Er könnte ja einen unschuldigen Golf haben. Damit guten Abend. Guten Abend Andi, du feige Drecksau. Ich hoffe, am Montag geht bei dir die Narkose früh genug flirten, du. Konradstraße. Konradstraße. Ja, ich hab auch das normale Stettin. Sehr gut. Map ist voll geil, bitte. Ja, wenn du noch ein Buster zu hast, dann könnte man das sogar als Wunsch notieren. Also Freunde, ich werde das grundsätzlich so machen. Eine Karte abgehakt ist. Hallo Sven. Wenn eine Karte abgehakt ist, gehen wir in eine 5-minütige Pause immer ganz kurz. Dann berate ich mich mit den anderen... Ja, wegen Kartenwechsel. Kartenwechsel und ich berate mich mit den anderen beiden mal flott, welche Karte wir nehmen. Und die fahren wir dann. Weil ich will weder jemanden bevorzugen, noch jemanden benachteilen. Das wird einfach random entschieden. Das ist eine sehr gute Frage, er fehlt als Player. Aber wenn sich echt jede... Wenn sich ja echt jede 11 Minuten ein Single über Parship verliebt, warum ist dann immer die gleiche Frau in der Werbung? Ja, stimmt. Äh, Mayo, hast du die Map Grunheim 1.9? Ja, hab ich auch. Äh, ich weiß nicht, wie soll ich denn das machen? Soll ich die einfach mal trotzdem aufschreiben, auch wenn da jetzt nur Karten dabei sind? Ja, ja, kannst du ruhig aufschreiben, ja. Ich krieg gerade von YouTube so, äh, ich sag, um diese Glocke krieg ich so ein Einszeichen, klick so drauf, äh, dass Mario streamt. Hahaha. Ah, echt? Mensch, YouTube, sag doch mal. Nee, aber wegen der Parship-Werbung. Die Werbung ist logisch und hinterfotzig zugleich, ne? Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Na klar. Kann ja auch sein, dass sich alle 11 Minuten ein Single verliebt. Nur, ob dies erwidert wird und ob daraus dann auch eine Beziehung und sowas entsteht, das sagen die ja nicht, ne? Wenn dem Elemental update in Linie 31 mit dem AGG fahren. Nein. Also, wenn überhaupt, würde es nur einer machen, weil, äh, nur einer aktuell streamt. Und AGG, aber nein. Wer das letztendlich... AGG fällt leider weg, weil der möchte zur Zeit nicht. Ja, der AGG will zur Zeit nicht. Die belgische Prinzenrolle hat bei mir auch im Moment sowas von, äh, unterste Schublade verkackt. Äh, 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 äh. Ich fahre schon Neoplan, das ist schon das Wächste der Gefühle. Mario hast du auch glatt... Oh Gott. Mario hast du auch glatt... Ja, Andi, wenn ich bei dir vorbeikomme, dann hast du glatt... Er wollte doch sicherlich nur wissen, ob, äh, bei dir, äh, auf der Terrasse glatt alles liegt. Ja, ja. Das, äh... Das wird heute nicht mehr besser bei dir, oder? Dass Glatteis mit T geschrieben wird, ist mir egal. Glatt. Natürlich hab ich Glatteis. Warum hupt der, wenn ich nach rechts lenke? Ja, Glatteis mit D. Das ist unglaublich, der hupt dann einfach. Nein, warte, er meint, wir sind glatt, sicherlich Gladiator. Ja. Ach so. So, heizen! Ruh 35 würde sich einrichten lassen. Notiere ich. Wir können ja gleich... Also, dann O530 auf der Dings. Uh, warum, warum halte ich hier? Wir können ja gleich im... Wir können ja, wenn die Karte hier rum ist, dann lass ich abstimmen über die Karten. So, der RP-Lessplayer kommt später wieder. Alles klar. Bis später. Bis später. Meinst du Gladbeck? Nee, wer meint denn auch Gladbeck? Würde niemand meinen. Ja, aber Gladbeck ist voll Call. Bis hier und noch... Weißt du, jetzt läuft Adel Tawil, ne? Oh Gott. Ja. Bis hier und noch weiter. Ja. Nee, bis hier und kein Stück weiter. Hier und noch weiter. Oh Gott. Nee, O303 mal... O307 Manuel. O307. Da hat Mario bestimmt nichts gegen. Nee, ich fahre keinen Schaltwagen. Ja, erklärt das mal. Übrigens muss ich ja an der Ecke mal Danke sagen. 464 Abonnenten aktuell, das ist der Hammer. Also es geht so steil bergauf, das finde ich so geil, das ist so super. Und weil du es gerade erwähnst, sage ich einfach auch mal Danke, weil bei mir sieht es nicht anders aus. Ja. Hast du den Fall, mein Zitaro? Nein, Spaß. Wow, der Wartner ist jetzt selbst frei. Wo, wie mache ich das jetzt? Ich könnte ja einfach den E-T-Tor, wo ich die ganzen Wünschen und vier mal auf die rechten Bildschirme legen. Das heißt, wir lehnen nicht, dass ich der nix sehen kann. Äh, Mario, 466 Abonnenten. Bitte? Hat sich gerade aktualisiert. 466 Abonnenten. Echt? Bei mir nicht. Ja doch, bei mir schon. Äh, wie kann das sein? Bei mir, bei mir auf dem Counter. Oh, 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 oh. Der fährt nicht rein. Also auf dem Counter steht 464. Warte, warte, jetzt hat es sich aktualisiert. Jetzt steht da, it's just a prank, bro. Hm. Scheiße. Kaputt. Aber stimmt, jetzt geht es bei mir auch hoch. Ja, jetzt ging es bei mir auf 465 und jetzt wieder 464. Ja, genau. Hätte es auch auf 65? Ich habe den Bus kaputt gemacht. Ja, aber das Phänomen hat erstaunlicherweise ja nicht so cool. Das hatte ja auch ich zur Zeit. Warum auch immer. So, die Mickey Mäuschen-Map muss nicht sein. Ja, Palma brauchen wir nicht. Wie sieht es aus mit O305G? Wie sieht es denn damit aus? Habe ich nicht. Oh Gott. Eins der wenigen... Lion City mit Morphe Update. Den A20? Den fahre ich gerade die ganze Zeit. In welchen Lion City? Ja. Das ist die Frage. Den A20 habe ich mit aktuellem Morphe Update, glaube ich. Aber ich fahre heute kein MAN, habe ich gesagt. Ja. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Warte mal, ich darf doch auch... Wir können heute sowieso nicht alles umsetzen. Wir haben jetzt schon Wünsche ohne Ende. Belarus, Ubino. Ja, ist... Welchen? Ja. 8.6, 8.9 LE, 10... Ich habe nur 12 und 18. 12, 15, 18... Ich fahre. Nächste halte Stelle am Haselbus. Ganz viele. Am Haselbus ist denn schon wieder Ostern. Am besten der aus Mainz. Ja, auf jeden Fall. Klar, ich fahre den Mainzer... Den Mainzer Lion City. Stimmt eigentlich. Ich wollte... Nee, fahre am besten den von Kammers, weißt du? Ja, genau. Ich wollte mir doch noch eine Karte bauen mit einer Kachel und vielen Mauern drumherum, damit ich da Busse, die ich nicht mag, eine Stunde lang gegen die Wand let's playen kann, ne? Genau. Ich komme mal auch später wieder. Der Patrick Koch geht jetzt auch. Alles klar, bis später, Patrick. So, der Leon Öppi meint den Ubino 18. Er hupt. In 18, okay. Ich fahre nach rechts und der Bus hupt. Das ist so geil. Ich sage es jetzt nochmal, für die, die neu dazugekommen sind, bedenken wir können nicht alles umsetzen, weil wir nicht ewig Zeit haben. Genau. Aber das ist alles notiert und ich werde sie dann in... Genau. ...in Folgen packen. Du bist gerade im Bus von Mainz. Ja gut, da hat er irgendwie so ein bisschen auch recht, ne? Ja, ja, gut. Aber da steht halt Neoplan drauf. Allerdings ist es... Ja, ist es zu dem Zeitpunkt, als er, glaube ich, gebaut wurde, noch eigens gewesen. Also noch Neoplan drauf. Ja, und der Typ da hinten ist mir in die Karre geschossen. Ich habe es gemerkt. Zwei. Guten Abend, Julius Pilz. Guten Abend, Julius. Oh, ich mag Pilze, aber ich bin allergisch dagegen. Widerspruch incoming? Ja. Das ist voll schlimm. Ich liebe Champions, ne? Aber ich darf sie nicht essen. Hallo. Hallo. Willkommen zum Omzi-Livestream. Ja, ich habe mir einfach mal gedacht, äh... Nichts hat der Typ. Dann fahrt du den Icarus. Wie nicht? Denk dir Andi vor. Andi, halt's Maul. Geh sterben. Schaufelradbagger. So. Beim Andi... Nicht mal eigene Sprüche hat der Typ. Musst du ja auch. Beim Andi darf ich das sagen. Nicht, dass es nachher heißt, ich bin nicht nett zu meinen Abonnenten. Den Andi kenne ich privat. Mit dem Andi mache ich sehr viel zusammen. Zu dem darf ich das sagen. Okay, zu den Abonnenten bist du nett. Und was mit den Abonnenten? Abonnenten? Zu dem bin ich erst recht mit. Weil die bringen ja Abomoneten. Ich will sofort aussteigen. Nein! Die Abonnenten sind doch toll. Drei. Das Ding ist, das versteht jetzt wieder fast keiner. Könnte ich mir vorstellen. Also, drei... Guckt alle den Heider. Drei auf Wankendorffs. Guckt mehr den Heider. Ey, könnt ihr mal aufhören, hier Schleichwerbung zu machen? Ja, das ist cool. Ja, also, für dich in Schleichwerbung... Der hat ja erst 300.000 Abonnenten. Ja. Der kann mal Werbung für mich machen. Da bringt's... Da bringt's sehr viel, wenn man hier Werbung macht. Ich glaube, es wäre cool, schreibt der Elite-Fahrer. Ja, aber nein. Da wirst du Mario bestimmt nicht reinbekommen. Äh, ja, aber nein. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Bei der Kiste hier fehlt mir eindeutig die Sicht in den Fahrgastraum, ne? Bei der Kiste fehlt mir so einiges. Können wir dann mal an... Bedürflicher Motorsound, äh, vernünftig... Irgendwelche Sounds, die vielleicht nicht direkt vom NG sind. Ja, können wir dann mal ankommen, bitte? Jetzt schon... Hast du es so eilig? Mit dem Bus hier? Ja. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich gleich da. Amthang. Am Südhang. Einmal Schüler, bitte. Sag dir der Lehrer, der von Lehrklasse stand. Oh, der ist alt. Ich weiß. Was sagt denn die Zuschauerzahl? Ich seh's ja nicht. Zwölf. Äh, zwölf. Na, Freunde. Da kriegen wir doch mehr zusammen, oder nicht? Ja gut, ich hätte den Stream ankündigen sollen. Allerdings. Hast du gestern Abend nicht mehr gemacht. Warum denn nicht mal? Ich hab keine Lust mehr gehabt. Dreizehn Zuschauer. Hallo. Der Unfall-Counter wächst. Ja. Drei. Drei? Erst. Holy moly. Drei. Erst. Erst? Hast du mich verarscht? Ja. Erst. Ich hab jetzt bestimmt auch schon drei innerhalb von... Vier. Warum? Man, wie... Fehlstunden war ich jetzt hier. Da war nix. Da war nix. Der Bus ist einfach scheiße. Da war nix. Der hat ne Collision-Box wie ein Panzer. Äh, wie? Wo war es? Ach, du hast hinten das Shield mitgeholzt. Ja, weil die Gelenkphysik so toll ist. Ja. So. Was ist das für ein Name? Biff. Ich klinge das auf meine Dose Fertigkeit aufmacht. Biff. Ja, denk dran, ne? Der Wellensittich im Staubsauger macht Fopp und der Hamster macht Fump. Nur Biff, wie kommst du auf Biff? Kann mir das jemand erklären? Ich, ich kenn nur Biffy. Ich kenn nur Biffy, ja. Ja, aber Biff wollen wir hier nicht. Ich mein, erstens haben wir hier keine Tiere und zweitens streiten möchte sich auch keiner. Boah, diese Kiste ist so, ne? Ahm. Ja, und jetzt weißt du auch, warum ich sie im Let's Play garantiert nicht fahre. Ich bin da mit Täter gefahren, also? Ich bin mit dem Kahn eine Runde gefahren, die arme Karte. Ich bin mit dem Kahn eine Runde gefahren, privat. Oh, da vorne ist schon Schluss. Pack ich nie wieder an das Ding. Oh, da vorne ist eine Runde... Ah, einmal mit Dive My Hair Flot. Ich bin mit Dive My Hair. Wenn du über die Straße läufst, fahre ich dich platt. Selber schuld, kann ich dir schon sagen. Jetzt... so eine szene aus dem weg gefällt den u307 besser also erst mal sein was sander von so erst mal hallo hallo zweitens bitte was bitte wo bitte wie bitte wann so der andy schreibt dann passt das doch mit dem panzer ja andy wenn du nur hier bist um mich zu ärgern dann sage ich dir unter freunden wie immer verpiss dich zum glück ist es mit dem ist mit ist es mit dem bus jetzt schluss er hat eine gelenkphysik wenn man sich den spiegel anschaut aufzupen ist total beschissen der hub wenn du zu stark in die kurve gehst unglaublich ist der halte stellen das ist warnung weil das heck so stark ausschränkt weil die physik nicht stimmt ja muss man ja wenn du je nachdem wenn ich das ist nein wenn ich zu ja wenn ich zu stark einlenke macht er hier da habe ich mal gemacht gut ja ja komm euch lasse ich noch vorbei kommen so und du auch sie hätte gerne eine tageskarte jetzt bin ich zu weit vorgefahren und der wird mir jetzt in den bus fahren 100 pro pass auf drei zwei eins ja die gelenkphysik ist wunderbar so wir haben es geschafft fast ja plus acht mal eine müde passiert ja das ist ein traum übrigens lautet die verspätung wird nicht weniger wenn ihr jeder zweite fahrschein gekauft angekommen jo endlich ist die karre weg was was kommt denn als nächstes ja was hast du denn im angebot weißt du das schon was hast du denn im angebot ich habe ganz viel im angebot sollen wir uns vielleicht in der pause da ja also wir machen jetzt ein ganz kurzes päuschen ich wechsle ganz schnell die karte ähm guten abend ich wüsste nicht ich wüsste nicht ob maio den bus hat ja äh axel stela moin äh juli spilz wie klingt ein schlagzeug das eine klippe unterfällt badumts badumts ah wenn doch oder 7 vielleicht äh linie 25 auf alarm lauernsbach äh einfach nur weil es ein schaltwagen ist und maio keinen schaltwagen fährt äh geht nix genau so wir machen eine ganz kurze pause aber mit einem anderen bus lässt sich das vielleicht ja einrichten genau karte und linie das passt ja genau wir machen eine ganz kurze pause beraten schnell über eure wünsche und dann geht es auch gleich weiter in diesem sinne bis gleich bis gleich ihr kriegt jetzt mal den pause bildschirm wenn ich ihn finde da ist er genau und wir machen ganz kurz den sound stumm nicht weglaufen geht gleich weiter